Gibt's noch irgendwas, was der Samson und der Simon nicht spielen? Ja, für Champions. Ich bin jetzt auch nicht zu viert, jetzt die Hand zu fangen. Der Joe ist nämlich voll lustig, weil er nämlich die Kugel... Die Kugel! Nix Kugel. Und ich frau die Kugel. Ist die Kugel wieder unzulässig oder was? Was lässt du dazu? Das war Baldraht. Der Kugelblitz. Ich bin echt, ich geh mir raus. Also ich hab ein Baggerraum gemacht. Irgendwann war ich in einem Luhnbau. Das ist in der Mainhau. Jetzt hat's irgendwann die Leiter... Das ist eins der Effiziente. Naja, das hat jetzt nicht wirklich viel Energie gekostet. Das ist das Effiziente, was du machen kannst. Einmal runterrücken, weil Leiter dauert länger. Guck, ich mach einen explodierenden Raum, wo ich schon wieder einen höre. Da gab's jetzt irgendwelche coolen Stollen für Minen. Die ich eigentlich wieder vergessen habe. Also ich hab quasi den explodierenden Raum und die... Wie? Baggerraum. Das ist geiler. Ja, mach das nicht. Oh! Okay, Baggerraum hab ich's gemacht. Okay. Ja, da ist einer vergiftet. Bestimmt's auch die Karolina, wie ich rufen kann. Okay. Okay. Let's do it. So, schauen wir mal. Ja? Okay, ich bin quasi dran. Okay, da war ich Sticky Care. Also irgendwo in dem Raum, wo ich grad bin, ist ja... Ja, ja, genau. Ich schau mal in dem nächsten Raum. Nee, alles klar. Ja, in der Menor kann man nicht sein. Also wird wahrscheinlich da hinten sein. Ich hör hinter mir was. Ah, da ist okay bei mir. Mein Hol. Wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, dann wird er das wohl kaum schaffen. Also ich hab meinen. Ja. Wartig. Hast du da? Was? Das war ich. Ja. Ich weiß. Aber ich hör da jetzt auch was. Ah, das wird wahrscheinlich ein Lampener sein. Ist das der Explodieren genau? Ja. Geh ja erstmal nicht in den Erspielenden Raum rein. Da ist er noch. Erspielenden Raum? Ja. Da. Ja. Wir gehen einfach mal mit dem Laser. Da wird die mittelische Entste... in der kleinen Duft reißen. Zerreißen, meine ich. Duft hier oben. Da ist er. Bei deiner Linie gerade. Hat er die weggemacht? Nö. Ich geh einfach mal rein. Ist er da? Aber wir kommen dann jetzt noch mal als es? Ja, ich geh einfach mal zum Objekt. Schau du da, weil... Ja, meine ich noch so kack. Der ist verdammt leide, oder? Der versteckt sich einfach aus. Keine Mini ist noch da. Ja. Das war... Bei... Hier. Hier. Der... Sticky Cam. Voll verkackt. Da ist... Da wollte er mich gasen. Jetzt schauen wir mal, weil... Soll ich euch denn das die... Ich behaupte. Ich euch denn das die gekommen sein mag. Der wird da. Der wird da. Das kann er doch nicht geschossen haben. Bei den Tier zugehauen. Das kann ich mal sagen, wie es geht hier. Security failure. Das ist hier mit Kamerab oder was. Ah, ist doch gleich mit dem her. Ich sehe den Typen nicht. Okay, wenn ich in den Raum habe ich einen festgenaube. Ich habe einen kleinen Granate rein. Der ist schon weg. Ja okay, das kann man jetzt auch tun. Ich nehme meine Mini wieder mit. Ja, die ist weg. Ich höre ja noch was. Das heißt, der ist noch da. Ja, das ist ein Alamsling. Ja, da ist doch noch einer da. Ja. Ja gut, ich schaue noch nicht an Bagger rein. Ja, ich gehe wieder Main. Jetzt aber eine Main Hall. Das war doch wo du gerade durchgegangen bist. Da ist er entdeckt worden. Ja. Irgendwo dann hat meine Kamera was entdeckt. Ich gehe mal wieder campen. Ja, wo du gerade warst, wo die Kamera entdeckt hat, da ist eine Kaffee durchgegangen unten irgendwo. ... So jetzt wenn du der A fangst. Baaaam. Du gehst das auf meine Hand. Bistest du? Ich bin hier ja. Ja, da liegt noch eine Miene. Was war da denn? Oh, hinter mir ist er da, bei mir, neben mir. Ich bin in der Haubfalle. Ja, der ist in der Haubfalle. Ich denke, wir springen gerade immer um den Kreis herum, oder er ist da drin. Im Mund? Ja, wieder wahrscheinlich. Ich stehe mal an, in der Höhe der Position. Nein, das kann nicht sein. Ich glaube, was gehört, wird bei mir. Ich werde nicht noch ein Tief. Ich rufe die Ferien. Ah! Was ist das? Ja, ich bin in der Raum oben. Ich habe dich aber nie hingelegt. Naja, wenigstens soll ich noch ein Fehl gekriegt. Also gehen wir einfach mit 6 mehr machen. Das ist alles ich. Ich gehe mal schnell wieder in Haupt-Main-Hall. Die Haupt-Main-Hall. Die Haupt-Main-Hall. Uh, Main-Hall, Main-Hall! Kannst du in die andere Richtung gehen? Die Haupt-Main-Hall. Ja, der ist da. Ja, der ist da. Der ist da. Der ist da. Der ist da. Ich bin ja auch mit drin gewesen. Ja. Ja, das war's. Man muss, das ist ja immer. Man muss Prioritäten setzen. Man muss jetzt immer sitzen. Wenn wir jetzt immer sitzen müssen, so. Guck dir vorbei, ich bin der Bern-Kaule. Was ist der Bern-Kaule? Der Bern-Kaule. Der ist ja eh durch das Spiel. Wir sind schon wieder so gebietet. Drei Schuss hält den aus, okay? Was drei Schuss hält? Das ist ein Ding aus, um Gitter. Exist denied, you win. Aber ist Exist denied, was heißt denn eigentlich? Zubild verweigert. Ja, weil ich spür nicht, ich kenne es ja. Oh ja. Es fällt nicht, aber auch steht da, das Spiel unbüht. Eure Zeit ist abgelaufen. Wo war das? Was? Ne, die Zeit ist abgelaufen, was? Irgendein Film war's. So, Ausrüstung, da brauch ich jetzt ganz was anderes? Ne, brauch ich nicht. Ja, wir haben wieder alles. Hartwig, bring's auf dem jetzt nicht, glaub ich. Der ist so... Ach, wie? Ich bring's. Du bist der Bringer. Ich bin der Bringer. Du hackst alle Ziele. Ja, oder? Was? Schon wieder? Ja. Du hast ja schon ganz gegessen. Ja. Wir haben ja noch Semmeln, glaub ich. Und eine alte Breze von heute Vormittag. Das war so weich im Mittag. Putengrusch. Ich glaub da haben wir nur Nudeln und so'n Zeug. Gute. Ja, okay. Darin hat sich doch noch einen Teller geholt. Das heißt, wir haben keine Nudeln mehr. Na, ihr will jetzt.